Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute zum zweiten Mal, denn wir wollen heute in der zweiten Folge über V, die außerirdischen Besucher sprechen, vom Zeitreisesofa der Sven. Hallo! Hallo Chris, grüß dich, moin moin! Ja, wir sitzen hier in unserem eigenen Saft. Kann man so. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr da draußen habt euch ein kühles, schattiges Plätzchen gesucht. Wenn ihr das hier natürlich zeitnah hört, für alle, die das irgendwann mal in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren hören, die werden sich fragen, was war denn hier los? Jahrhundertsommer war! Jahrhundertsommer! Also der Jahrhundertsommer vor dem Jahrhundertsommer und nach dem Jahrhundertsommer, den wir davor hatten. Ja, genau, genau. Deswegen habe ich mir ein kühles Bierchen aufgemacht und auch zwei Flaschen in Reserve hier gestellt. Ich hoffe, das hört man am Ende vom Podcast nicht. Ich muss ja sagen, es gibt... Ah, seine Scheiße! Ich muss ja ehrlich gestehen, es gibt manchmal Folgen, da habe ich echt so eine ganze... Also es gab schon mal Podcasts, da habe ich eine ganze Flasche Wein leer gemacht. Und das Schlimme ist, ich höre es für mich jetzt echt nicht. Da denke ich mir so, Alter, du hast gerade eine Flasche Wein leer gemacht und das hört kein Schwein. Also zumindest ich subjektiv. Vielleicht denken sich alle, aber wir haben nie ein Feedback in die Richtung gekriegt. Genau. Ja, wer uns Feedback geben möchte, der kann das natürlich auch tun unter info at nerdizismus.de und er kann uns eine WhatsApp, Telegram oder Sprachnachricht schicken unter der 015259647709 und er kann natürlich auch noch viel mehr von uns hören auf nerdizismus.de und ihr findet uns in so ziemlich allen sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, Instagram. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und unter diese Folge kommentieren. Eure Meinung zu V, die außerirdischen Besucher. Und da haben wir auch sogar ein bisschen Feedback bekommen. Ich lese mal exemplarisch zwei Mails beziehungsweise Kommentare vor. Der erste ist vom Erik. Hallo, ihr Nerdizisten. Hach, was war das für eine tolle Folge. Ich hatte diese Serie vollkommen verdrängt und beim Hören, BÄM, war sie wieder total präsent. Ich erinnere mich tatsächlich kaum noch an Details, außer die berühmte Diana frisst Hamster. War eine Meerschweinigenszene. Aber ich weiß, dass ich damals total fasziniert war, als die Serie bei uns lief. Ich hatte mir dann auch gleich die im Sat.1 angebotene VHS-Box gekauft und war stolz wie Bolle, die Serie im Original zu haben. Echt? War die VHS-Box auf Englisch, okay? Oder meinst du Original, dass du sie zu Hause hattest? Ich glaube, eher Original zu so zu Hause hattest. Wahrscheinlich, genau. Und an das fehlende Spielzeug kann ich mich auch noch erinnern. Und daran, wie gerne ich so einen Fighter beziehungsweise Shuttle gehabt hätte. Da haben wir ja gesagt, warst du nicht alleine. Die einzig erhältliche Großfigur habe ich tatsächlich mal auf der ein oder anderen Börse sehen können. War aber, glaube ich, auch außerhalb meines damaligen Budgets. Danke fürs gemeinsame Schwelgen in Erinnerungen. Viele Grüße, Erik. Erik, vielen Dank auch für diese liebe Mail. Und dann hast du jetzt ja nochmal zwei Folgen weiterhin Spaß da dran. Und dann schreibt die Steffi, schreibt uns noch, Hallo Chris, hallo Sven. Hatte gestern frei, habe daher die ersten beiden Teile angeschaut. Erstmal die Sachen im Hinblick auf euren Podcast. Ja, die Anleihen, die Independence Day augenscheinlich genommen hat, sind wirklich unverkennbar. Optisch beim Erscheinen der Raumschiffe am Himmel, aber auch, was große Teile der Story betrifft, hat mich krass erstaunt. Und das Spielen des Star Wars Soundtracks fand ich grandios. Bin sicher, George Lucas hat gelacht. Ja, kann gut möglich sein. Robert Englund ist mir bisher nicht als Nicht-Horrorschauspieler ein Begriff. Den hätte ich niemals erkannt. An wem mich der Typ erinnerte, war eher Morg vom Org. Morg vom Org war doch Robin Williams, oder? Ja, ja, genau. Ja, stimmt. So ein bisschen von seiner Art, von seiner Tollpatschicken her. Ja, ja, ja. Es gibt Fotos vom Morg mit rotem Raumschiffanzug und auch die Lache von Englund fand ich damals sehr ähnlich. Der Hitlerjugendsohn war mir genauso in Erinnerung. Verrückterweise hat mein Gehirn den Opa als weißhaarigen Wissenschaftler abgespeichert, der nur am Anfang ein paar Szenen hatte. Guck mal, wenn man sich täuschen kann. Und dass das Besucherlogo so nah am Hakenkreuz dran ist, ist mir damals auch nicht aufgefallen. Für sowas habe ich aber auch kein Auge. Die Tricktechnik ist anschaubar, okay, das Meerschweinchen verschlucken nicht so. Und die erste Ansicht der Restini-Maste runterreißen war auch semi. Aber, liebe Steff, bei dem, was uns in diesen Folgen jetzt erwartet, ja, da war das mit dem Meerschweinchen ja geradezu Weltklasse getrickst, ja. Jetzt generell Bild und Ton auf Tele 5 sind eine Zumutung, die Synchro ist allerdings wirklich etwas hölzern, irgendwie waren die Serien damals in den späten 70ern vielleicht alle etwas so. Ja, angesichts der aktuell stattfindenden Negierungen wissenschaftlicher Tatsachen finde ich besonders die sofortige Mundtodmachung der Wissenschaftler erschreckend. Das hattet ihr ja auch kurz angeschnitten. Bin gespannt auf euren nächsten Podcast, liebe Grüße, Steff. Ja, also Steff, auch dir vielen Dank, ich weiß ja, du bist eine treue Hörerin und freust dich wahrscheinlich auch schon auf unsere Lower Decks Folgen, die demnächst dann wieder weitergehen, da mit dem Michael und mir zu Star Trek Lower Decks. Aber heute, Sven, freue ich mich, dass du wieder da bist für V The Final Battle. Und es war ein langer Sonntag, ja, er fing um 20.15 Uhr an und dauerte bis 1.40 Uhr, bis die drei Spielfilme fertig waren. Und ja, ich muss ganz sagen, da waren sehr, sehr viele Höhen, aber auch verdammt viele Tiefen dabei. Tiefen, die ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte und wo ich ganz ehrlich sagen muss, holy moly, was für ein Schmonzes. Also ich muss ehrlich sagen, also das Erste, was mir einfällt, wäre es mal echt einfach bei dem Final Battle geblieben, weil ich finde, die Serie war echt gut abgeschlossen. Also jetzt mit den drei Folgen, das war so, also ich habe sie, also ich war überrascht, wie gut sie teilweise ist. Also auch wie ernst, also auch Themen, die angesprochen werden, was ich mir so notiert habe, wo wir gleich mal drüber gehen werden, wo ich gedacht habe, Respekt für eine TV-Serie von 1984, so eine Aussage. Nicht schlecht, aber dann habe ich auch wieder in der nächsten Szene in den Kopf geschnürt und habe gedacht, so, okay, was, haben die unterschiedliche Drehbuchautoren gehabt oder durfte da mal jeder ran oder? War schon ein bisschen, ne? Aber im Endeffekt muss ich einfach sagen, ach, hätten sie einfach die Serie damit abgeschlossen und dann nicht die TV-Serie hinterhergeschmissen, wäre dann echt was, wäre dann echt, oh, einfach so ein guter Klassiker geworden. Aber ja, drei Folgen, diesmal das zwei. Ja, drei Folgen, die wirklich allerhand geboten haben, es geht ja erstmal los mit einem, ja, mit einer Traumsequenz, ja, wir sind bisher um Traumsequenzen rumgekommen, aber jetzt gibt es dann halt doch eine, ich hasse ja persönlich Traumsequenzen, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich hasse Traumsequenzen, ich hasse sie einfach. Ja, was ich schlimmer, was ich viel schlimmer finde, sind diese, das ist so ein Ding, das war auch so eher so 80er Jahre oder 90er Jahre Serien, diese, hey, wir müssen 24 Folgen bringen, aber wir haben nur Material für 23 Folgen, machen wir doch mal eine Rückfliegsfolge. Oh ja, eine Clipshow, eine Clipshow. Das finde ich noch schlimmer, das finde ich noch schlimmer als die Traumsequenzen, aber ja, ich stimme dir zu, das Traumsequenzen finde ich auch nicht so. Vor allem, weil in Zeitlupe sieht jeder halt kacke aus, auch Mark Singer. Ja, und ja, wir sind vier Monate nach den ersten beiden Folgen, das wird uns sowohl an Robins Bauch, die jetzt also im vierten Monat schwanger ist, gezeigt, als auch mehrfach erwähnt, damit wir es auf jeden Fall mitkriegen. Und wir sehen den verzweifelten Versuch des Widerstands mit den Besuchern, ja, sich anzulegen und anzugreifen. Und sie greifen also so ein Konzentrationslager oder zumindest so eine Sammelstation an, gleich am Anfang. Und wir lernen auch eine neue Truppeneinheit der Außerirdischen kennen, nämlich die, die nur echt mit dem Goldrand, ja. Das ist wohl so irgendwie so die SS der Außerirdischen, der Besucher. Und ja, dieser Angriff scheitert kläglich, weil die Besucher etwas haben, dass wir allerdings jetzt einfach nur glauben müssen, nämlich Schilde. Die sieht man allerdings nie. Also, da war ich so überrascht, so, okay, weil plötzlich wird, als sie wieder in ihrem Versteck sind, im Untergrund gesagt, oh, wir können ihre Schilde nicht durchdringen. Was für Schilde? Ich habe keinen einzigen gesehen. Ich glaube, das war einfach scheiße übersetzt. Ich glaube, die meinten, also die haben ja irgendwie so Westen angehabt. Ja. Weil die meinten ja, irgendwann schießt auf die Beine. Ja, genau, richtig, ja. Also, das war auch total, das ist wieder dieses so, also natürlich, klar, es ist eine Science-Fiction-Serie, ähm, die sind Außerirdische. Natürlich ist das Ganze mit, mit einem unlogischen Aspekt nach dem anderen, aber manches tut halt einfach dann doch weh. Also, und das sind halt auch diese, diese Angriffe, ja, dann, dann schießt den doch einfach die Beine weg oder sonst irgendwas oder schießt den in den Hals. Ach so, du hast das so verstanden, dass diese schwarzen Dreieckwesten, dass das eine schusssichere Weste ist und dagegen kommt die normal, ach so hatte ich das gar nicht, ja klar, okay, ja, kannst, kannst du recht haben, kannst du recht haben, dass das halt wie Kacke übersetzt war, genau. Weil ich hab halt nach Energieschilden Borg-Style mäßig Ausschau gehalten und die hab ich überhaupt nicht gesehen, ja. Ja, es ist... Also Laser-Zäune, Laser-Zäune, das ist übrigens auch so ein 80er-Ding, regelmäßige Hörer dieses Podcasts werden es wissen, ähm, mein, mein, eines meiner liebsten 80er-Jahre-Running-Gags ist in einer der ersten Folgen bei Captain Future, wo man ganz viele Dinge aus den 80ern und 70ern da rein, in der deutschen Synchro so reinbringt und einfach das Wort Laser davor setzt, ja. Zum Beispiel, schicken sie es mir auf mein Laser-Telefax. Sensationell. Oh, das ist übrigens, äh, das ist übrigens ganz cool, ich hab mal den, äh, um mal direkt schnell in die Abschweifung zu gehen, damit wir die hinter uns haben, ähm, jetzt hab ich natürlich den Namen vergessen, ich glaub, Werner oder Wolfgang hieß der, der lebt sogar noch, ist, äh, glaub ich, Anfang der 90, äh, mal den kennengelernt, der damals beim ZDF dafür verantwortlich war, dass wir solche Serien gekriegt haben, wie Captain Future, wie Alf. Ja. Und, äh, der hat, also wenn der erzählt, das ist unheimlich krass, äh, ähm, äh, zuzuhören, weil er mal so erzählt hat, was das für Hürden waren, ähm, solche, so eine Serie wie Captain Future, ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er nach Deutschland zu bekommen, oder Alf, also mal ganz kurz, äh, Captain Future, weil da beschweren sich heute viele, warum das früher geschnitten wurde, äh, das wäre ja nicht original, das wäre ja gekürzt, und da sagt er immer, ähm, hätten sie es nicht gekürzt, wäre das niemals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Ähm, Punkt. Dann hätten sie es nie, hätte, sagt er, dann wüsste der heute wahrscheinlich gar nicht, was Captain Future ist. So. Alf war, äh, war ähnlich, ähm, Alf hat er gesehen, also erst mal, sagt er es mal einmal, ja, ist jetzt in die USA geflogen, hat er diese Serien, äh, Katalog, hat er sich angeguckt, hat, hat Alf gesehen, hat gesagt, okay, das wird der Riesenknaller, ist in ZDF gefahren, hat die Serie gezeigt, der Intendant hat gesagt, sag mal, hast du, hast du einen Knall? Das ist, das ist, das ist total bescheuert, hat er gesagt, ja, komm, dann, dann haben sie einen Test, er hat gesagt, ja, okay, wir machen so ein Test-Screening, Test-Vorführung, und dann kam der wieder, dann sagt der Intendant, ja, da hat keiner gelacht. Er hat gesagt, habt ihr die Leute, habt ihr die Leute denn mal gefragt, ob sie Englisch können? Nee, das haben wir nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, hier, wenn die Serie kein Erfolg wird, dann könnt ihr mich kündigen, und dann hat der Intendant gesagt, okay, dann machen wir das, ne, und der Rest ist halt Geschichte, ne, also, äh, sehr interessant, und das halt zu Captain Future mal, ähm, ganz kurz so eine Anekdote, ähm, ja. An der Stelle kann ich, äh, verweise ich mal auf, ähm, meinen lieben, ähm, äh, YouTube-Kollegen und auch wirklich sehr guten Freunde, den Henning Happarat von retro-tv.de, äh, denn der Henning hat, ähm, ich glaube auch mit besagter Person ein Interview geführt, ähm, ich, äh, weiß aber jetzt auch gerade, ich bin gerade auf der, auf der Seite und schaue mir die Folgen an, aber es gibt auf jeden Fall zwei Folgen bei retro-tv, äh, merito-tv.de. Nämlich die Folge 49, da geht's um Alf und die Folge, einen Moment, hab ich auch gleich, äh, es gibt auch eine, äh, Captain Future-Folge, äh, eine Sekunde, die ist, äh, ich kann mal gucken, wo ich sie habe, also das findet ihr auf jeden Fall alles in der Sendungsliste und ich weiß, dass die auf jeden Fall ein Interview, ach ja, genau, die Folge 40, genau, die Folge 40, ähm, und die Folge 49, die, ähm, könnt ihr euch zu dem Thema angucken und ich, wenn ihr da ein bisschen weiter guckt, entweder ist es in diesen Folgen oder irgendwo, gibt's ein Interview mit genau der Person und das ist großartig, das ist so eine Stunde oder so mit Patty und Henning, zieht euch das rein, retro-tv.de. Okay, die machen zwar aktuell leider nicht mehr so viel, aber das, was ihr da an Sendungen findet, macht das, es ist ganz grandios. Ähm, ich muss ja mal gucken, ob die mal was zu V gemacht haben, fällt mir da gerade auf, ja, ich, ich muss mal mal schauen. Ich glaube, zu V haben die irgendwie nix gemacht, bin ich mir nicht ganz sicher. Gut, wie dem auch sei, also, wir haben den gescheiterten Angriff auf das, äh, ja, Internierungslager, bei dem ja dann die Leute, war auch so schön, wie die dann so da rausgeführt werden, so, ah, euch passiert nix und hier, das, äh, das Gas ist einfach nur, um euch zu desinfizieren, ja, und, äh, diese Ansage da aus dem Lautsprecher, bleiben sie ganz ruhig, wir wollen nur ihr Bestes im Sinn, ja, ist okay, ja. Es ist schon sehr, ähm, ja, wir haben da sehr viele. Und die faschistoiden Anleihen sind jetzt also auch für den letzten, ähm, äh, Idioten zu sehen, weil jetzt ja auch der, ähm, äh, Holocaust-überlebende Opa vom, ähm, äh, Alien-Jugend-Führer ja ganz klar sagt, äh, so jemand wie dich, äh, wäre bei den Nürnberger Prozessen, äh, verurteilt worden und du bist ein Faschist. Richtig, genau, ja. Ja. Ja, und, äh, auch dieser Hass auf die Intelligenz und auf Intellektuelle, ne, später in diesem Medical Center, wo also dann da die, wo der voll durchkommt, durchtritt, ne? Ja, genau, ja, wo also da die, wo er den, 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 den Jungarzt da die Stiefel lecken lässt, ja. Ja, ja, es ist schon. Ähm, der ist, der ist schon, schon, schon wirklich durch, ne? Und, äh, ja, die Aliens haben einen Plot, sie wollen nämlich, um das Vertrauen der Menschheit noch weiter zu gewinnen, die Menschheit, die die Heilung gegen Krebs geben. Und das Ganze soll verkündet werden auf einer, äh, Fire im Medical Center, wo also John, der Anführer der Aliens, dann, äh, das verkünden will. Und die Resistance, die nimmt das eben zum Anlass, da einen Großangriff oder einen, einen Angriff zu starten, um dann vor laufender Kamera, ähm, dem, äh, John die Maske runterzureißen, ja. Ja, und, äh, das ist eigentlich so in dem ersten Teil, so diese Story, wo es also darum geht, und, ähm, ich hab mir so ein paar Dinge mal so notiert, weil man hat sich wirklich zum Beispiel soundtechnisch, also durchaus bei, bei Star Trek Toss bedient, da erkennt man einige Sounds wieder, wenn der so, wenn dieser, wenn, wenn die so diese Schlüsselkarte gefälscht wird. Ja, 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 ja gut, ich hab, ich hab, ich hab eh immer das Gefühl, dass sie sehr, sehr oft, äh, also auch in den 80ern Jahren immer so auf eine Soundbibliothek zugegriffen haben, generell, was, was auch Science Fiction angeht, ähm, und, äh, da meine ich jetzt nicht nur den berühmten Schrei, sondern generell, also, es ist sehr, sehr ähnlich oft, ja. Wobei ich immer auf den Wilhelm-Screen gewartet habe, aber er kommt nicht. Nee, der kommt nicht. Das ist, äh. Spoiler, er kommt nicht. Und dafür holt, ähm, uns in dieser Folge die erste, ich sag mir bei, bei der Serie, The Shall Not Be Named, nenn ich das immer Kai aus der Drehbuchkiste. Und entweder, ich hab das am Anfang nicht mitgekriegt, aber Falkencrest Lady ist die Mutter von Mike Donovan? Ja, ja, das ist die Mutter von Mike Donovan. Hätte ich das, hätte ich das in der ersten Folge schon mit, oder in den ersten zwei Folgen schon mitkriegen müssen, dann ist es mir echt entgegen. Ich glaub, das wird, ja, das, ich glaub, das wird kurz, kurz, äh, okay, äh, erwähnt und so, ja. Okay, weil da hab ich so. Aber die ist schon, die ist schon abgebrüht, also, da muss man echt sagen, so, alter Fall, da hab ich ja eigentlich so mal irgendwo am Ende irgendeinen Turn erwartet oder so, aber nee, die ist, äh. Die zieht das schon, ich hab die ganze Zeit überlegt, ob das ist so, das ist so das typische 80er Jahre Beast, so wie Alexis im Denver Clan oder Dallas, äh, ne, also John Collins, ne, eins, eins von beiden, das, was unsere Eltern abends um 21.15 Uhr in der ARD geguckt haben oder um 21 Uhr dann im ZDF, je nachdem, was man so geschaut hat. Ähm, wobei meine Eltern ja so auf, auf Denver Clan und Dallas irgendwie gar nicht so abgefahren sind. Für mich war das so ein Mysterium immer so, oh, das gucken alle Erwachsenen und dann hab ich das mal gesehen, das ist grottenlangweilig. Das ist, äh, grauenhaft, ja. Das ist grottenlangweilig, apropos Stiefel lecken. Hast du gesehen, dass, ähm, Diana als einzige Absetzer auf ihren Stiefeln hat? Ist dir das aufgefallen? Ne, ist mir nicht. Und sie hat so, sie hat, manchmal hat sie so Keilabsätze und aber in den ersten paar Folgen hat sie nur so Pfennigabsätze und kann halt überhaupt nicht drauf laufen. Okay. Sie kann gar nicht drauf laufen, also das siehst du natürlich nicht, wenn du nur sie im Anschnitt siehst, aber es gibt so ein, zwei Szenen, ähm, wo sie mit dem, dem, dem Kind später, beziehungsweise am Anfang hier mit, 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 mit Juliet auf, auf dem, auf dem Schiff ist, bevor sie sie dann in die Umkehrstation ist. Die Umkehrmaschine steckt. Ähm, da kann sie überhaupt nicht drauf laufen. Später, in den Folgen später haben sie dann Keilabsätze gegeben, dann kann sie besser mitlaufen. Ja, vielleicht, 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 äh, die war einfach zu klein, denke ich mal, oder? Ja, ich schätze mal. Du musst ja eine Autorität ausstrahlen. Ja. Und das, äh, sah man wohl in den 80ern so, das geht halt nicht, wenn du da halt, äh, äh, so, so klein bist. Aber die, die ist ja, also, was ich ja schon im ersten Teil sagte, äh, die Serie heute und die wäre etwas expliziter als, äh, wie sie jetzt, also ihr hattet ja immer noch angedeutet, wie sie da die Reporterin, äh, so angrabbelt. Ähm, äh, und mit, mit, äh, und mit dem, ähm, Brian, na, wie heißt der, Brian, Brian, äh, mit dem sie dann erstmal in die Kiste steigt, wo ich mir dann denke, so, okay, wieso machen die das eigentlich in der menschlichen Form? Aber, okay, da wird es dann wieder so, wo ich so, so, mh, das erschließt sich mir gerade nicht, aber, naja. Und sie gucken Menschenpornos. Ja, genau, so, okay, naja, gut. Aber, sag mal, apropos Brian, war das später ein anderer Schauspieler oder hat der einfach dann nur halt eine dunklere Haarfarbe? Plötzlich kam der mit, das Gesicht war immer, das Gesicht war immer, das Haarfarbe. Dann waren auch die Haare nur dunkler dann irgendwie später. Ja, ja, ja. Weil das war irgendwie so, ja. Und, naja, also die ganze Folge dreht sich halt und die Vorbereitung für dieses, für diesen Anschlag auf das Medical Center. Und dann muss natürlich noch so ein paar Tropes müssen rein, ne, es müssen ein paar Tropes rein in so einer amerikanischen Serie. Da kommen später auch noch ein paar, aber ein Trope haben wir bisher noch nicht gehabt, nämlich das Western-Trope, ne. Also passt es natürlich wunderbar und spart auch eine Menge Kohle, wenn man einfach ein altes, und das wird auch wortwörtlich gesagt, ein altes Film-Western-Set recycelt als Widerstandsgruppe und natürlich auch wunderbar dann da einfach Quartier findet. Man wird nämlich zwischendurch vertrieben aus dem Keller. Das ist übrigens so eine Geschichte, die mich auch in der ersten Serie so ein bisschen gestört hat. Du hast, oder die sich eigentlich wie so ein roter Faden durch diese ganze Serie zieht. Du hast diese hochtechnalisierten Aliens, die es aber nicht mal schaffen, das Haus zu orten, wo der ganze fucking Widerstand drin ist. Die haben keinerlei Scanner oder sonst irgendwas, ne. Und dann trifft er sich ja mit dem, wie heißt der, mit dem Mark, nee, doch Mark, mit dem Widerständler, der von der fünften. Ja, mit Martin, Martin. Martin, Martin. Und ich denke so, okay, die treffen sich ständig die ganze Zeit irgendwo in den dunkelsten Ecken, in irgendwelchen Häusern abgedunkelt. Und auf einmal treffen die sich an einem Hügel am Strand. Und hier so, warum nicht direkt auf dem Hochhaus da? Das tut mir dann so ein bisschen weh. Ja, also der Widerstand, also nachdem er dann einmal aus dem Kellerversteck vertrieben wurde, beziehungsweise eigentlich dann in der zweiten Folge, dann übernimmt er gar keine Anstalten mehr, sich irgendwie zu verstecken. Die sind ja auch später in dieser Küstenbasis und im Leuchtturm rum und so. Also ich so, okay, ja. Na gut. Warum macht er nicht so ein rotes X einfach auf den Ragen drauf? Noch nie hat irgendwann zu irgendeiner Zeit ein X einen bedeutenden Ort markiert. Weißt du doch. Und naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal das erste Western-Show, denn wir haben eine klassische westernartige Verfolgungsjagd zu Pferd. Denn, was diese drei Folgen auszeichnet, sind sensationelle Ortswechsel von jetzt auf nachher. Das heißt also, es heißt irgendwie, ja, der Mike soll sich dann mit der Watch treffen, die also ja die Pressesprecherin für die Aliens ist. Und bumm, sitzen beide auf dem Pferd. Weil halt. Weil es halt so ist, man. Genau. Sie hatten halt kein Geld für Hightech-Bikes oder sowas. Genau. Und die Alien, die Besucher, Patrouillen, sitzen dann auch auf dem Pferd und die den Mike dann ansprechen mit, warum haben sie den offiziellen Pfad verlassen? Das fand ich auch geil, dass die beiden einen Ausritt machen, ist okay. Aber dass auf einmal die Aliens auch auf Pferden sitzen und hinterher, ich denke so, jetzt, ah ja gut, okay, naja. Ja, denn vorher kann aber noch der Mike, der Frau Walsch sagen, dass in Sektion 34, wir ziehen drei ab und sind bei Sektion 31, fällt als Schreiber dir nichts ein, schreib was mit Sektion 31 rein. Denn, dass da also die kompletten Menschen als Futter gelagert werden, also das ist wirklich für die gute Walsch, also von komplett Glauben zu bumm, die ganze Wahrheit. Ja, und naja, man kann ja dann ein bisschen entkommen, aber diese, diese, die hört auch einfach auf, diese, also der schüttelt die auch total einfach ab, ne, die reiten dem hinterher, schießen, schießen, schießen. Dann kommt noch ein, und ich habe mich am Anfang gefragt, als diese Szene in dem Reitpark eingeläutet wird, sieht man ganz lange diesen Doppeldecker, ja. Und ich habe mir noch, und dann habe ich mir noch sortiert so, dann habe ich mir notiert, der Sinn des Flugzeugs war jetzt welcher Fragezeichen, ja. Und, hey, das ist natürlich ein ganz cleverer Build-Up. Das ist so geil. Für, ja, für was eigentlich? Für die, die, die mieseste Explosionsmontage ever. Ja, das war ein bisschen, das war ein bisschen, ja, das ist aber, das ist ja das, was sich so ein bisschen durch diese ganze Serie zieht, halt einfach, du hast halt echt gute Effekte und gute Props, die sie gebaut haben. Und dann kommt halt sowas, aber dann, man muss es halt einfach sagen, das Ding ist halt einfach 36 Jahre alt. Ja, ja, alles gut. Das erwertet mich dann nicht nur von zwei Aliens auf Pferd, so Pferdverfolgt der gute Mike, sondern auch ein Shuttle schaltet sich ein und schießt dann auf ihn. Und die Laser sind natürlich genauso breit auseinander angebracht, wie schon bei MacGyver oder bei Airwolf, dass die halt nie den Helden treffen können, sondern immer direkt nebendran gehen. So breit sind die auseinandergebracht, statt die irgendwie mal so positioniert sind, dass sie in der Mitte aufeinandertreffen. Aber nein, ja, und als dann der Shuttle-Pilot so genau zielt und nun auf dem Mike auf dem Pferd fasziniert ist, knallt er natürlich Kelse Pries dann in diesen Doppeldecker rein, der halt auch nicht hingeguckt hat, weil halt. Ja, das war schon, ja, das war schon, das war so ein bisschen so, ja, okay. Und, ja, man arbeitet dann derweil auch, es gibt also noch so eine B-Story, die also im Untergrundversteck so stattfindet, nämlich Willy ist wieder da. Und, ja, ja, und er hat auch endlich mal ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu tun. In der Serie dann, in der dritten Staffel hat er ja wesentlich mehr zu tun, aber jetzt hat er ein bisschen was zu tun. Und ist dir dieser kleine, kleine Star-Trek-Verweis aufgefallen, als sie sein grünes Blut untersuchen? Nee. Wer hat denn grünes Blut bei Star Trek? Äh, die Dinges, die, ähm, nicht die, nicht die Klingonen, sondern die, äh, Romulaner. Ja, oder die Vulkan, der auch grünes Blut. Ach, die Vulkan, okay. Und, ähm, als, äh, ähm, der eine Wissenschaftler sagt, ach, das ist ja grünes Blut, da sagt dann Juliet, faszinierend. Oh, okay, krass, okay, das ist an mir vorbeigegangen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Absicht war. Nee, es ist Absicht, also, das, das kann ich mir auch schon nicht vorstellen. Naja, gut, jetzt kommen wir ernsthaft, im ersten, in der ersten Folge spielen sie, ist, äh, das Thema von Star Wars. Ja. Ähm, das ist schon, also, ich glaube schon, dass das schon Absicht war. Was ich schön fand, ähm, ist ja dann, dass, ähm, äh, im Laufe der Serie rauskommt, dass, also, erst mal die Aliens ja vorbereitet sind. Sie haben sich nämlich gegen alle Bakterien und Viren auf der Erde immunisiert. Das heißt, sie haben also schon mal aus ihren Kollegen von War of the Worlds gelernt. Ja, genau. Das fand ich also schon mal, schon mal so einen ganz kleinen Sidekick, so, auf War of the Worlds, so, wo ja dann ein Schnupfen, äh, Virus, also, ein Coronavirus, haha, ähm, den Alien, den Garaus macht. Also, von daher fand ich das eigentlich wirklich ganz nett. Und was ich wirklich extrem amerikanisch fand, war natürlich dann auch, wir haben also Robin, die ist im vierten Monat schwanger. Und sie sieht dann, wie Willy die Gummihaut abgezogen wird, damit man einen Pricktest mit ihm machen kann, was ich ziemlich geil fand. Ja, einfach, einfach mal so. Ja, gegen was ist der allergisch? Man kommt dann drauf, er ist gegen gar nichts allergisch. Und, ähm, daraufhin bekommt Robin also, ähm, soll ich nochmal vor die Wahl gestellt? Also, beziehungsweise, Robin möchte das Kind abtreiben, aber alle sagen, behalt das Kind, denn wir brauchen es. Interessant, interessant finde ich wirklich sehr die Aussage. Und das ist eine der Dinge, wo ich sage, dass, okay, krass für eine US-Serie aus, äh, von 1984. Ist das eine ganz, ganz krasse Aussage, ähm, weil Donovan sagt dann nämlich, äh, es ist ihr Körper, es ist ihre Entscheidung. Richtig. Und das ist, wo ich sage, so, wow, okay, Respekt, also. Ja, und wer ist dagegen? Der Kathole. Ja, Abtreibung ist Wort. Ja, da ist, äh, kommt ja die Quittung dafür. Ja, und, ähm, dann sieht man noch eine schöne Szene, wo dann, wo dann Robin in, dann, äh, sich zurückzieht, damit sie ihre Ruhe hat und dann in so einen Raum rennt, der dann voll mit Terrarien und voller Leguane ist. Ja, ich weiß so. Die sie dann so anzüngeln, ne, und dann, dann dreht sie halt völlig durch. Ja, und ich dachte das auch so, na, vermisst du das, ne? Ja, schon ein bisschen. Ja, herrlich. Na gut, also, dann naht also der Abend im Medical Center, wo John seine Rede halten will. Und es wird nicht vorher gesagt, dass er die Heilung gegen Krebs verkündet, aber es war halt so offensichtlich. Also, ich weiß nicht, ob das 1983 schon so offensichtlich war. Aber für den Zuseher von heute ist so, wenn Aliens uns irgendeine Heilung geben, dann entweder nur, wir heben euch die kompletten Umweltschäden auf einen Schlag oder, ähm, ihr kriegt die Heilung gegen Krebs. Ja. Was anderes kann es nicht sein. Ja. Ja, was ich interessant fand, war ja, dass du so, äh, äh, dieser, dieser Fernsehreporter, der dann sagte, ja, und hier wichtige, äh, Personen, bekannte Personen, Prominenz, und da ein Begriff, den es, glaube ich, auch nur in Deutschland gibt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es sowas überhaupt in den USA gibt, diese, und der Hochadel. Ja, jetzt habe ich mir auch notiert, ja, so, was? Der komplette Hochadel ist anwesend, sagt er. Hä, was für ein Hochadel? Ja. Ja. Habe ich auch gedacht, so, okay, da brauchten sie doch schnell irgendeinen Begriff oder so. Aber auch hier, wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen mit den Verschwörungstheorien, ne, ähm, Zwangsimpfung gegen Krebs, ja? Ja, ja. Wir werden ihre gesamte Bevölkerung impfen, sagt er, wortwörtlich. Ja. Ja. Boah, das, das gäbe aber einen Aufstand bei den Covid-Ionen. Äh, für heute wäre das... Nicht mit mir. Ja. Ja. Mein Recht. Ja. Wenn ich Krebs haben kriegen will, dann kriege ich Krebs. Ja, das ist mein Recht. Ja, und dann ist ja dieser, dann stellt sich ja die Reporterin gegen die... Ja, ja, aber vorher noch, also John tritt halt auf. Und findest du nicht auch, dass John sich einen Ticken zu übertrieben feiern lässt? Ja, es ist, es ist, es ist, es war ja auch schon am Anfang so mit dem, also auch in der ersten Folge so, ja, wir kommen in Frieden und du weißt ganz genau, nee, tut ihr nicht. Guck mal, guck mal, Schatz, er sagt, er kommt in Frieden, ja, toll. Ja, 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 und ich hab mir nur so notiert, hätte man nicht warten können, bis der Impfstoff da ist, ja, hätte ich mir nur gedacht so... Ja, das war doch kein Impfstoff. Aber du meinst, das haben die nie vorgehabt, das war also von vornherein nur gelöst. Nein, das war bestimmt, das war doch bestimmt so ein, so ein, so ein, so ein Mittel, das dafür sorgt, dass die, äh, vermutlich schnell sterben oder so, oder empfindlicher sind oder so. Zwangschippen, ja. Ja, aber du hast, du hast mir gerade was richtiges angesagt, also erstmal, dann der Widerstand, der halbe Widerstand ist übrigens auch da, das fand ich auch so lustig, also die machen einen riesen Geschiss um diese Zugangskarte. Ja, Mike bricht extra noch bei seiner Mutter ein, um, warum auch immer die so eine Zugangskarte hat, ja, und, und plötzlich ist dann trotzdem der halbe Widerstand auf dieser Party. Hä? So, also wenn ihr doch sowieso als Angestellte getarnt da reinkommt. Ja! Warum der ganze Aufstand mit der Zugangskarte ist. Makes no fucking sense, ja, wobei ich dann schön fand, dass sie die Waffen dann in den Kuchen eingebacken haben. Ja, das war sehr herrlich, ja, und dann, äh, machen sie also das Attentat auf das Medical Center, du hast es gerade eben schon gesagt, ja, und die, ähm, Walsh wendet sich dann gegen die Besucher und kann also vor laufender Kamera gerade noch verkünden, dass da, dass ja so der Widerstand ja recht hat. Und man schafft es auch, ähm, John, die Maske runterzureißen und alle sehen also die Reptilien, die Leguan-Fratze. Ja, und dann wird die Diana, äh, dann wird die Walsh von der Diana erschossen. Ja, haha, hei, hei, hei. Ja, und, ähm, man geht zum Gegenangriff über und man flüchtet aufs Dach und dann kommt was, das hätte niemand kommen sehen, denn der Widerstand wird gefangen genommen, aber natürlich von der fünften Kolonne. Genau, genau. Ja, es war, also, es muss, also ich, 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 ich frage mich halt immer, ähm, sind wir halt inzwischen, wenn wir jetzt halt natürlich schon 40 Jahre lang Fernsehen gucken, sind wir halt inzwischen schon so abgewichst oder war das halt auch 83 schon so mit Ansage? Ja, also, ich, ich, ich weiß nicht, weiß auch nicht, aber ich frage mich dann auch immer, und das wird auch so nie aufgelegt, okay, die werden jetzt von der fünften Kolonne, äh, gefangen genommen und dann verschwinden sie wieder. Und keiner in diesem großen Raumschiff fragt, hey, wo sind die Gefangenen? Ja, haha, können wir, das sind doch gerade die großen Köpfe des Widerstands, wo sind die denn? Ach, die, ach, Moment, diese Einheit, ja, dann fragen wir die doch mal. Äh, also, äh, das ist so einfach so, ja, die sind, die sind weg, die sind jetzt einmal weg, ne, also. Ja, die sind halt weg, ja, und dann sind sie irgendwann wieder da, sind sie halt dann wieder da, ja. Ja, und, ähm, wer auch jetzt wieder da ist, ist nämlich Julie, weil die wird nämlich gefangen genommen, sie opfert sich also in Anführungszeichen ein bisschen und hält die anderen auf und sie wird dann von Daniela gefangen genommen und aufs Schiff transportiert in die Gedankenkontrollmaschine. Nee, die war geil. Was ich ja noch geil fand, ist ja, dass sie dann nachher nochmal neu für die Menschen aufgenommen haben, so diese, und dann mit diesem Applaus-Schild und den Waffen hinten dran. Stimmt, die Aliens halten dann so Applaus-Schilder hoch und alle klatschen, weil sie von Waffen bedroht werden. Ich meine, wer glaubt denn diese neue Version? Ich schätze mal die gleichen Leute, die auch glauben, dass am 1. August 1,3 Millionen Leute in Berlin waren. Wahrscheinlich die gleiche Klientel, ja. Ja, und dann ist Julie in der Gedankenkontrollmaschine. Und diese Szene ist ja unglaublich lang. Die hört ja gar nicht mehr auf, diese Folter-Szene. Ich fand das auch so, okay, ja, und jetzt, ach, jetzt, ach, noch eine Stufe höher, ach, okay, ach, noch eine Stufe höher. Mhm. Und dieser Bedienstete, sie wird es nicht überleben, noch eine Stufe höher. Sie hat einen Herzfehler, noch eine Stufe höher, ja. Da geht noch was. Da geht noch was, ja. Also, das hört ja auch wirklich, und sie haben von einer Folge auf die andere, erst ist es eine Gedankenkontrollmaschine und später ist es die Umkehrkammer. Ja, stimmt. Hier steht, ähm, äh, mit ihrer Chefin, äh, äh, da, äh, konfrontiert wird. Und, ähm, da kommt man immer wieder zurück und die krasseste Form ist halt an Stufe 3 und da werden dann wirklich alle Lasergeräte, die man in den 80ern beischaffen konnte, ja, ähm, auf, äh, die Schauspielerin drauf projiziert, da das nur so kracht. Ach, das ist auch so eine Sache, die ist mir noch in der ersten Folge so schön aufgefallen. Das ist auch so ein Ding, das sich grundsätzlich durch die 80er durchzieht wie, wie sonst was. Dieser, diesen Überwachungsvan, wo die drin sind. Und, äh, hinten im Van, du hast immer, egal was es ist, so ein Überwachungsvan, du hast Regale voller blinkender Lichter. Ja, dieser, da hatte ich mir, muss ich nochmal hochspringen, da hatte ich mir bei einem Überwachungsvan, hatte ich mir notiert, schlechtestes Überwachungs, äh, Van Set ever, ja. Ja, das ist einfach so, okay, warum, warum sind da keine Monitore, sonst irgendwas, nein, es sind einfach nur Regale voller blinkender Lichter und Knöpfe. Aber das ist vor allem so völlig offensichtlich, dass das jetzt einfach so eine Pappkulisse ist, ja, also es ist viel zu groß für so ein Van, alle können aufricht drin stehen, stehen teilweise zu viert nebeneinander, ja. Nie im Leben ist das in einem Van gefilmt worden, never ever, ja. Das hat so ein bisschen was vom Plan 9 aus dem Weltall, das Flugzeugcockpit-Set, das ist ja auch einfach nur so eine Pappwand mit so einer, mit einer, mit einer Tür ausgeschnitten, hinter der, bei der ein Vorhang ist und die zwei Piloten halten einfach so eine, so einen ausgeschnittenen Pappteller in der Hand als Steuerrad, bei denen so ein, äh, ein, 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 ein Vierkantholz genagelt ist dran, fertig, aus, das ist das, 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 das Piloten-Set. Ja, also, von daher, ähm, ja. Ja, dann, ähm, ja, genau, jetzt, dann haben wir also diese, diese Folter-Szene, da ist, die hab ich auch nicht ganz verstanden, also, ähm, da wird ja dann in der letzten Folge nochmal völlig out of nothing, äh, wird dann nochmal Bezug drauf genommen, kommen wir gleich zu, aber in diesem Traum, der dann Julie suggeriert wird, ist sie dann, ja, da muss sie dann vor einem Stop-Motion-Monster der schlechtesten Art flüchten. Weil, keine Ahnung, und Diana redet ihr dann halt zu, ich bin für dich da, hör auf meine Stimme und so, also, es war komisch. Das ist, äh, alles irgendwie ein bisschen komisch, dann wird sie auf einmal gerettet von Mike und jeder denkt sich so, hä, wo kommt der denn her, aber es war natürlich nicht Mike, es war dann nur ein, 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 ein Alien, der fünften Kolonist, eine Mike-Maske aufhatte übrigens, so eine Idee, mit der überhaupt, also, ich weiß nicht, ob in der dritten Staffel noch was da mitgemacht wird, aber mit Doppelgängern wird gar nichts gemacht. Manchmal, bei manchen Dingen denkst du so, das müsste doch jetzt auch so Doppelgänger rauslaufen, aber nee, überhaupt nicht, ne? Null. Ja gut, es, 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 es war ja, es war ja, äh, noch in der zwei, äh, äh, in der ersten Folge, dass, wo die ja gemerkt hat, die, äh, die Reporterin, die, äh, dass der Arzt sich auf einmal völlig anders gegenüber ihr verhält und sich gar nicht an das Treffen im Alien, weil sie ja konfrontiert hat. Ne, aber ansonsten war das auch so, ist okay, hm, okay, ja, ja, da geht weg. Mit dem, mit dem Ding könnte man gar nicht, wohingegen da die Menschen dann im Vorteil sind, weil sie einen Stimmenmodulatorgerät entwickeln, mit dem sie dann so klingen wie Aliens. Ja, genau, die haben ja ein neues Team jetzt, also, ne, also von, dem war wieder sehr sympathisch gespielt von Michael Einsight. Ja. Ich, ich glaube aber, es ist eine, eine seiner Rollen, wo er mal der Gute ist. Trotzdem ein Arsch. Eine seiner wenigen Rollen, trotzdem ein Arsch, genau. Aber, er spielt einen guten Arsch, ja. Aber ich habe mir notiert, Michael, der junge Michael Ironsight sieht aus wie der junge Jack Nicholson, so ein bisschen. Ja, gut, ich finde eigentlich, der junge Michael Ironsight sieht aus wie der alte Michael Ironsight. Ja, der hat ja noch ein paar mehr Haare gehabt. Ich finde, der hat so ein bisschen was vom, vom, vom jungen Jack Nicholson. Also, ja, genau, das haben wir nämlich gesagt, in der Folge beginnt das also auch so völlig aus dem Nichts. Kommt plötzlich ein neuer Charakter, nämlich Tyler und sein, sein Kompagnon, der mich so ein bisschen erinnert hat an, ähm, an, ähm, wie heißt der aus, Big Lebowski, der von John Goodman gespielt wird. Ähm. Ach, okay. Harry, ja, stimmt ja. Harry, glaube ich so, der alte Vietnam-Veteran, der gerne Jude, wie heute kein Jude ist. Genau, genau. Und der hat mich so ein bisschen an ihn erinnert, ja, weil er auch so dick war und so Army-Klamotten trägt, ja, und so schießwütig ist und so. Und der hat mich so ein bisschen an den erinnert. Und, ja, Tyler ist der neue Charakter, der irgendeine Vergangenheit mit Mike hat, welche, keine Ahnung, wird nie gesagt, aber es gibt irgendeine. Die kennen sich, die beiden. Ja, warum? Ja, er erklärt so ein bisschen so von früher, dass er immer für die groben Sachen, was ich gerade ziemlich erschreckend finde, das ist immer wieder so, dass die Leute in den 80ern einfach älter aussahen, als sie waren. Der Michael Allen-Zeit war zu den Dreharbeiten 34 Jahre alt. What? Ja, ich habe gerade mal geguckt. Ernsthaft jetzt? Ja, 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 der war 34 Jahre alt, der ist 50 geboren und 84, ne? Krass. Okay, den ist mal locker auf Mitte 40 geschätzt. Ja, genau, genau, ne? Wie alt ist denn Mark Singer da im Moment? Das muss ich jetzt gerade eben auch gucken. Mark Singer ist, glaube ich, auch 50 geboren irgendwann. Mark Singer ist geboren, 48, der ist nochmal. 48, der ist zwei Jahre älter. Zwei Jahre älter. Und sah weit jünger aus. Ja, ja, genau, den hätte ich jetzt so geschätzt. Ja, so knapp Ende 30, ja, so hätte ich den jetzt geschätzt, ja. Krass. Okay. Mark Singer hat sich aber nicht so gut gehalten, muss man sagen. Nee, der ist, der ist, äh... Hat der ein bisschen was an sich machen lassen, könnte sein, ne? So ein bisschen, ja, wenn ich mir so bei Wikipedia angucke, so... Also es ist jetzt nicht so, so, ähm, äh, hier Jean-Michael Vincent kaputt, aber ist schon so ein, so, so ganz, äh, knusper sieht er nicht mehr so aus. Es sind so zwei, drei Videos hier von so einer Comic-Con irgendwo, ähm, da hat es ihn schon so ein bisschen gezeichnet, ja. Ähm, ganz... Ich weiß, ich... Was... Das ist doch, das ist doch eine Fotomontage, die man hier gerade sieht, oder? Da haben sie den doch irgendwo reingebaut, wo sie den reingebaut, der haben sie auch reingebaut in irgendwelche Muskelpaketen. Ja, wer sich gut gehalten hat, hier war der, ähm, den hatten wir ja im, ähm, bei der German Comic-Con Home Edition zu Interview, der Sam Jones, ne? Also, wenn er nicht die ganze Zeit seine, seine Altersweisheiten, äh, von sich geben würde, aber abgesehen davon hat er sich gut gehalten. Ja, ja, das stimmt, äh, das stimmt. Aber den, den Singer, den hab ich, hab ich 2006, glaub ich mal, auf einer Fatcon getroffen. Da hatte ich mir auch mal, äh, Sachen von V, von ihm signieren lassen. Das war auch ein ganz, ganz höflicher, netter Mensch, ne? Ich hab mir ein bisschen immer mit dem unterhalten, weil V ja so eine Serie war, die für mich, äh, äh, ich mal so ein bisschen Englisch gelernt habe, weil ich komm ja, wie du weißt, auch aus NRW, aus Felbert, und damals hast du noch Antennen-Fernseher empfangen. Das heißt, ich hab holländisches Fernseher empfangen. Mhm. Und konnte da immer die Serien gucken, äh, das hat ungefähr fünf Jahre gedauert, glaub ich, bis ich kapiert habe, dass Married with Children, äh, 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 in der frischrechende Familie ist, ähm, aber, äh, da hab ich dann, äh, so Serien und Filme geguckt und halt auch V und wenn du so Englisch kannst und Deutsch kannst und, äh, dann kannst du auch ein bisschen holländisch lesen, also dann kannst du die Verbindungen herstellen und so. Das hat mir echt geholfen beim Englisch lernen, äh, damals. Und V war so eine Serie, die da sehr, äh, äh, für verantwortlich war. Da hab ich mich mit dem drüber unterhalten, das fand er sehr, sagt er, Sprachen findet er auch sehr interessant. Also war, war, war ein sympathischer Kerl, ne? Yes, you, you, you recognize this very a lot, when you hear a Dutch person speaks in English and a German person speaks in English, ne? Ja, ja. That's very obvious, yes. I can tell you that, yeah. You can say you to me. Ähm, ja, zurück, äh, zurück, ja, dann, ähm, sind wir also wieder auf dem Schiff, ne? Also Julie wird umgedreht und dann hat man sich in dieser zweiten Staffel gedacht, ach, Meerschweinchen sind doof, wir nehmen jetzt mal Papageien. Und das war ja eine krasse Szene. Ich denke, ich gucke nicht richtig. Und stellt der Diana als Snacks halt mal ein paar Papageien, Blaupapageien hin oder keine Ahnung, was das für eine Rasse ist. Und sie beißt halt genüsslich in einen rein. Ich denke so, was? Und dann beißt er den Kopf, ich so, wow, okay, das ist krass, ne? Aber was ich übrigens, ähm, also es wurde ja die eine, die ältere, die Ruby, die wurde ja hier von unserem Freund Daniel da erschossen. Ja. Und das finde ich auch so krass. Okay, da ist eine von den Rebellen, die wird erschossen und die nächste Szene ist, wie die ganzen anderen Rebellen sie begraben. Hä? Wie ist das? Sagen die, okay, wir haben eine, wir haben eine erschossen, ihr dürft sie jetzt abholen. So, was? Wie, wie soll das jetzt? Hä? Äh, vielleicht war es ja auch nur, ich hab's mir dann ausgemalt, es ist nur ein Gedenkkreuz. Aber nein, das sah aus wie eine Beerdigung und ich denke so, what? Das ergibt doch keinen Sinn. Nee, es sind ja einige. Und dann gibt's auch andere Szenen, wo du dann sing, 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 so, ähm, Julie ist dann auch, zack, wieder zurück. Ja? Also die kommt dann aus der Umkehrmaschine und bummst ist die halt wieder unten so. Okay, wieso ist die jetzt wieder da? Warum wird die nicht erstmal eingesperrt und keine Ahnung was? So, hä? Ähm, ja, das ist also wirklich ein bisschen seltsam. Dann gab's natürlich auch noch schöne Anleihen an die 80ern, zum Beispiel Dianas Bademantel mit Schulterpolstern. Sensationell. Nee, äh, Julies Bademantel mit Schulterpolstern. Julies Bademantel mit Schulterpolstern. Und da hat dann die Synchro etwas gemacht, was sie, ähm, inzwischen, also wo die deutsche Synchro so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Denn früher war's sehr einfach, ähm, zu, ich hab gerade ja gesagt, you can see you to me. Früher hat man sich in der Synchro daran gehalten, wenn zwei Charakter sich noch nicht geküsst haben, sind die erstmal wahrscheinlich per sie. Also vor allem, wenn's erwachsen ist. Und erst, wenn die sich geküsst haben, dann geht man in der Synchro zum Du über. Das war so eine, so eine Regel. Und hier in der Serie hält man sich noch dran. Das war die ganze Zeit Mike und sie. Und kurz bevor sie sich küssen, fangen sie an, sich zu duzen. Ja, ja, das ist wirklich so ein Ding, das sich auch heute noch so durch die, durch die Geschichte zieht. Und dazu diese Soft-erodigen Musik. Boah, ich dachte auch so, ey, ach, Kinder, ist ernsthaft, ne? Saxophon. Das ist so, oh, das kann doch echt nicht sein, ja, das ist, äh, aber dann auch wieder so dieses, okay, sie, sie, äh, greifen jetzt gleich. Also im Zweiten geht's ja darum, dass sie dieses, äh, Wasserwerk da angreifen, wo die ja, äh, wo die ja das Wasser entziehen. Und sie planen das und sie greifen das an. Und die, äh, die eine, die ja immer mit diesem, äh, äh, Daniel da, äh, rumgeknattert hat. Die Maggie. Die, äh, Maggie, die hat sich ja wieder mit ihrem Mann dann oder mit ihrem Freund versöhnt, der ihr dann davor einen Heiratsantrag macht. Und du weißt ganz genau, jetzt ist der Tod. Du stirbst. Du stirbst. Bist tot. Das, mein Freund, war dein Todesurteil, ne? Und es kam dann, er opfert sich dann natürlich, ne? Und es ist immer auch so geil, die werden, in, in der ersten Staffel, die werden, äh, der, äh, der, äh, der Donovan, der wird in den Rücken getroffen. Mhm. Rennt weiter. Die werden so verletzt. Der wird irgendwo an der Seite, äh, ich, ich, ich kann nicht mehr, lasst mich hier liegen. Ja. Ihr seid, ihr seid acht Leute. Einer links, einer rechts. Lauf weg. Nein, nein, lasst, lasst mich hier liegen. Lasst mich hier liegen. Ich halte euch nur auf. Ja. Ja, ehrlich. Ja, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass. Hättest du nicht den Heiratsantrag gemacht. Ja, das, das ist so, so, ja, genau. Das ist aber heute auch noch so, wenn du, wenn du im, wirklich, also, das, da kannst du echt die Uhr nachstellen, wenn einer in dem Film sagt. Oh, apropos Uhr, ja. Ja, wenn einer in dem Film sagt, wenn das alles vorbei ist, werde ich einen Ranch in Montana haben, weiß ganz genau, der ist tot. Es ist, es ist immer noch so, es hat sich echt nichts geändert an diesem Job, nichts geändert. Übrigens, wo du gerade sagst, Uhr, die, 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 die machen die Uhr, Uhr dran, die Bombe, stellen sie ein, auf drei Minuten und vierzig. Cut, Michael Einstein sagt, okay, wir haben noch vier Minuten und ich denke so, nein, dann seid ihr tot. Dann ist, äh, dann ist vorbei, wenn ihr jetzt noch vier Minuten. Ähm, ist, ja, also, das, das ist also, äh, genau. Also, die haben mal eben, das musst du dir auch mal vorstellen, ne, also, ich, die, die sprengen mal eben einen Staudamm. Ich meine, du kannst dich mal eben einen Staudamm sprengen, also, natürlich kannst du ihn sprengen, schon klar, ja. Aber, ähm, also, die Aliens haben bisher noch nicht so viele Leute umgebracht, wie du mit dieser Flutwelle umbringst, ja. Was, was ich auch geil, geil fand, ist, äh, die, die machen teilweise die, die, äh, die Pakete da nur dran. Mhm. Während hier der, 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 der Kollege hier vom, vom Allensei, der, äh, der Digita so, ja. Erstmal so fünf Minuten an dem Teil rum. So, ich so, was macht der da? Baut der das Ding neu? Häkelt der da, oder? Was soll das, ne? Es war auch so herrlich, dass in dem ganzen Staudamm so, so überhaupt keiner auf die reagiert hat, ne. Unten siehst du im Hintergrund die ganze Zeit Leute rumlaufen und ich hab mir so das Gefühl, als hätten die das so guerillamäßig gefilmt. So nach dem Motto, da ist so der ganz normale Staudammbetrieb und wir drehen hier oben auf der Brüstung mal eben so zwei, drei Szenen, ja. Ähm, und lass doch nicht stören, mach einfach weiter. Also kann man das so machen. Ja, ich dachte auch. Die schießen da rum und es passiert einfach, also der unten juckt es einfach keinen, ja. Ja, die schmeißen, der eine wird runtergeschmissen, fällt das Schreien drunter und da steht, Ist was passiert? Und dann hast du auch so geile Sprüche, der Michael Einstein sagt dann, wenn du zuckst, perforieren dich meine Scharfschützen zu einem Nudelsieb. Ja. Nudelsieb, jetzt erst aufschließend. Ja, und, ja, also das sind dann halt so, ich meine, ja, und vor allem, weißt du, Beleidigungen und, 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 und coole Sprüche funktionieren halt nur auch mit so einem kulturellen Kontext, weil das Alien hätte jetzt sagen müssen, Nudelsieb, what the fuck? Was, was zum Henker ist, was ist ein Nudelsieb, ja, also, ja, und da habe ich mir auch notiert, haben die Aliens eigentlich keine Scanner, ja, weil sie haben nix, also die sind, also die haben zwar diese, hochgerüstete Raumschiff und Laserwaffen, aber das war's dann, also noch diese Umkehrmaschinen, okay, aber das war's dann auch schon, ne? Nee, das, das, äh, das war's, ne? Ja. Das war's aber noch nicht mit der Folge, denn jetzt kommt das absolute Highlight der zweiten Folge. Ich wollte gerade sagen, da freust du dich, glaube ich, schon seit Sonntag. Ja. Und das habe ich auch völlig, oder scheiße, habe ich völlig vergessen, völlig vergessen. Diese, also, ich habe mich dann jetzt an, an, an Elisabeth wieder erinnert, weil die wird ja in der Serie noch eine Rolle spielen, ähm, also an das fertige Elisabeth-Kind habe ich mich dann erinnert, aber an diese Geburt habe ich mich überhaupt nicht erinnert. Ja. Und, ja, sag du mal was, bevor ich was dazu sage. Naja, gut, also die Geburt ist natürlich, du bist gespannt, was passiert, weil, ne, also erstmal grünes Fruchtwasser und denkst so, wow, ne? Und dann kommt ein Kind heraus und der sieht völlig normal aus. Mhm. Es ist ein Mädchen. Und denkst dir so, hm, okay, ja, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Und dann, und dann denkt er so, da ist noch was. Nee, nee, erst, erst, erst faucht das Kind ja, das Kind, das normale Kind faucht ja plötzlich erst noch, ne? Ja. Das heißt, von jetzt auf nachher zieht das Kind also eine Fratze und offenbart eine gespaltene Leguan-Zunge. Zunge, ja, ja. Da ist dann die gute Robin schon leicht geschockt, aber wer dachte, ja, und in dem Moment könnte ich mir vorstellen, dass sie sich gedacht hat, na, vielleicht hat der Pfarrer, ja, doch, also der Pfarrer würde sich gedacht haben, so, scheiße, ja, und Mike so, ich hab recht gehabt, ja, da, es kommt nämlich dummerweise noch ein zweites Kind hinterher. Ja, ja, und das ist einfach, also da haben sich die Puppet-Master also übertroffen, also wo es dann aus diesem Bauch so rauskommt, da wollten sie so ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen Alien nachspielen, aber der Gesichtsausdruck, ich musste so lachen, das Vieh sieht auch so geil aus. Es sieht so aus wie so Baby-Godzilla. Ja, ja, so ein bisschen so, ne, also, du weißt nicht, ob es, ob es niedlich ist oder nee, aber es ist halt einfach, ich musste so lachen, ich musste so lachen. Ja, und vor allem, das ist halt, das ist halt, also es kommt ein, ein reines Reptiloiden-Baby zur Welt und das sieht halt einfach, also es, es sieht auf allen Leveln scheiße aus. Das Prop ist scheiße, die Figur ist scheiße, das Design ist scheiße, es ist alles scheiße und der Effekt ist schlecht, ich meine, wir reden hier vier Jahre nach dem Alien-Bauch-Effekt, ja, der, weiß Gott, geil ist, ja. Also, man hätte eine Blaupause gehabt, wie man das, weiß Gott, besser machen kann und ganz ehrlich, how to ruin a TV-Show within three seconds, ja, also, es ist wirklich, ich gucke das so an und dann ist auch mit einem Freeze-Frame, ist dann die Folge vorbei. Bam, to be continued. Auf, und zwar Freeze-Frame auf dieses schlechte Prop und du denkst dir so, das kann auch 83 keiner ernst genommen haben. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ich so, oh, war das eigentlich damals schon so unfreiwillig komisch und, ähm, ja, vermutlich, ne. Also, wenn du es als Kind geguckt hast, vielleicht nicht, ja, aber wenn du es als Erwachsener geguckt hast, ähm, dann, äh, äh, dann, dann musst du das komisch gefunden haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass, und das ist halt schade. Schade, weil bis dahin hat, wir haben jetzt viel drüber gelacht, ne, aber bis dahin hat die Serie so ein gewisses Level gehalten und ich muss ganz sagen, jetzt fällt's, geht's steil bergab. Also, in der nächsten, in der dritten Folge geht's wirklich steil bergab. Ja, ich, ich vermute mal, äh, ich vermute mal, weiß nicht, ob das Budget ein bisschen runtergegangen ist, äh, oder so, also, irgendwie, ja, Ja, es, es ging, also, äh, es geht ja los, natürlich ist das Kind erstmal wieder natürlich zentrales Thema. Ja. Am Anfang jedenfalls, ne, also beide Kinder, das, äh, das eine Kind, das Menschenkind, häutet sich immer wieder. Mhm. Und wird schnell, altert sehr schnell und, äh, hat dann eben so, so einen Damien-Touch hier. Ja, das hab ich mir auch notiert. Ach, ist herrlich, wie du die gleichen Dinge notierst. Ich hab mir Damien 2.0, hab ich mir notiert, ja. Ja, ja, genau, genau. Und ich dachte also, boah, ist das Kind gruselig, wirft es doch einfach, aber nein, es darf man ja nicht, weil es ist ja, ne, ne, und, und dann natürlich, ich war schon so ein bisschen traurig, als das Reptoliden-Baby dann doch es nicht überlebt hat, weil auch Willi keine Ahnung hatte, wie man es denn retten könnte. Warum haben sie nicht einfach eine Maus reingeworfen oder sowas, aber, naja, also, es war ja klar, es hat ja auch diesen, dieses Bakterium, was sie dann entdeckten, äh, in sich gehabt, was das eine Kind, äh, noch abwehren konnte, aber natürlich das Reptoliden-Kind nicht und somit, äh, verstarb ist und man wusste, okay, wie können wir jetzt die Besucher vernichten? Ja, ich mein, welch Ironie, äh, dass die Alien, äh, die Space-Nazis jetzt vergast werden, ja. Das ist, äh, das ist eine, also auch sehr, aber dann, dann ist ja, dann kriegt er ja endlich seinen Sohn wieder mit dieser, mit dieser Übergabe, wie du vorhin auch gesagt hattest, mit hier, äh, ne, äh, meine, meine Scharfschützen. Ja. Ähm, der, die, sie bringen den Sohn zurück und das Erste, was er macht, ist, er nimmt erstmal Julie in den Sohn, den Arm und dann den Sohn und ich denke so, und dann später sagt er mir, mein Sohn kommt immer an erster Stelle her, das war in dem Moment allzu rattenscharf auf dir warst, nicht so. Ja, der, der Herr Singer trägt sich's auch gerne so, wie er's, wie er's, äh, gerne möchte, wie er's gerade braucht, ja. Ja, also, ja, und dann ist natürlich, ähm, welch Überraschung, ja, ähm, als dann Diana auch, es gibt dann einen Plot, äh, gegen Diana, also John und die Oberkommandierende der Flotte, also John ist dann doch nur irgendwie die 1.5 und dann gibt's nochmal eine, die auch nur drei Streifen hat wie Diana, aber Diana ist ja dann innerhalb der Aliens nur die blöde Wissenschaftlerin, wird auch wortwörtlich so gesagt. Genau, ja, ja, ja. Ist ja nur die Wissenschaftlerin und da gibt's also eine Intrige, die allerdings nicht sonderlich schwer geheim zu halten ist, denn es gibt halt überall Kameras, die Kameras sind auch nicht verschwissen, also kann halt Diana einfach eine Kamera einschalten in dem Raum, wo die Verschwörer sitzen und einfach mithören. Ja, das ist ja übrigens, äh, ja, jetzt, warte, nee, nee, alles gut. Also, ähm, das finde ich ja dann, also, es ist ja dann so, dass, äh, Robin tötet ja dann Brian, also die testen ja dieses, äh, Gas, testet sie ja an ihm und sie tötet ihn vor dem Kind. Mhm. Und deshalb ist ja der Priester, der das Kind in, in Anführungsstrichen Sicherheit bringt und er bringt es zu Diana. Warum auch immer. Genau, wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Geht er da irgendwo hin, klingt er, ich hätte, ich hab hier ein Kind für Diana, bringen sie mich mal hin, aber natürlich. Ja, es gibt, hallo, natürlich, du kannst da, du kannst doch da anrufen, es gibt doch, die telefonieren doch später, es gibt doch ein Telefon im Mutterschiff. Stimmt, stimmt, genau, genau. Ja, es gibt doch ein Telefon da oben, du kannst anrufen, ja. Man kann beim Mutterschiff anrufen, ernsthaft, jetzt. Ich, ich fand das so geil, ich denk so, okay, klar, ja, gehen sie einfach rein, gehen sie einfach rein, die ist da, sie müssen sich nicht anmelden. Und ich denk so, okay, das ist einer vom Widerstand, warum wird der, aber dann, aber das ist, da hab ich mich wirklich echt aufgeregt. Die haben ein Mittel gegen die Außerirdischen gefunden. Ja. Das Kind, dieses Kind, was aus beiden Spezies entstanden ist, ist dagegen aber resistent. Mhm. Warum bringst du das fucking Kind zum Feind? Hallo, hier ist das, hier, da könntest du dir übrigens, wenn ihr ein bisschen, wenn ihr ein bisschen forscht, dann könnt ihr, kriegt da was raus, ne, knickknack, ne, also. Ja. Und ich denk so. Oh, gut, dann wird der Priester wenigstens noch erschossen. Da hab ich echt gedacht so, du hast es nicht besser verdient, du hast es echt nicht besser verdient, ne. Ja, aber echt, ne, und, und, ja, also, also wie Robin dann, dann Brian da, also, äh, in der Gaskammer dann, dann tötet, ja, und ich hab gedacht so, okay, knallharte Szene auch, ne, wo du denkst so, wow, jetzt, jetzt ist der Ton auf einmal wieder so krass, ne, und, äh, so krass, krass, ja. Ja, und dann, dann, dann Juli testet dann das, das, äh, selber, und dann schreibt man eben fest, dass die Menschen dagegen also ihm immun sind. Immer in Langzeitfolgen so, ach, drauf geschissen, ne, passt dann schon, ne. Hauptsache erst mal weg, ne. Genau, und dann kommen wir zum, zum nächsten Trope, was eigentlich auch so sich lange, also, es kommt in letzter Zeit immer seltener vor, ich hab's schon lange nicht mehr gesehen, aber das war wirklich so bis in die 90er rein, so ein ganz festes Trope. Zwei Männer, die Stress miteinander haben, müssen sich erst mal kräftig auf die Möppe geben. Ja, erst mal prügeln. Prügeln. Vorher kann es nicht gelöst werden, also sie müssen sich prügeln, egal ob Vater mit dem Sohn oder in dem Fall Mike versus Tyler, sonst, es geht nicht anders, sie müssen sich prügeln. Ja, das, äh, aber, und dann, die Szene hab ich gefeiert, äh, wo sie dann Daniel da so gefoppt haben, wo sie dem, als sie den Brian ja entführt haben, wo der, wo der sagt, der ruft ja im Mutterschiff an und sagt hier, äh, ich weiß, ich hab gesehen, dieser Daniel ist dafür verantwortlich, dass, äh, der ist für die Entführung. Und dann wieder hochgebracht, verprügelt und dann so, ja, ist jetzt alles gut, oh, wo bringen die mich hin? Ja, zur Servierplatte und ich so, äh, ja, endlich, das, das, da, da hab ich, das hab ich gefeiert. Und ich sag, wenn's, wenn's eine Serie von heute gewesen wär, wär Schnitt, ja, Diana sticht in ein Stück und isst es. So wär's heute inszeniert worden, ja, das hat man sich damals dann gespart, aber heute wär das, wär das so inszeniert worden, genau. Das Wort Servierplatte fand ich auch so schön. Ja, das fand ich auch gut. Es ist genauso schön wie das, wie das deutsche Wort, das gibt's auch, glaub ich, einfach nur bei uns, ich muss mal, wenn ich das nächste Mal irgendwo im Ausland bin, mal gucken, aber ich glaub, das Wort Serviervorschlag, ja, gibt's nur bei uns. Oh, stimmt. Ja, Serviervorschlag, du hast so irgendeine Packung von irgendeinem Scheiß und drauf ist dann irgendwie das Produkt abgebildet, mit einer Tomate nebendran, Serviervorschlag. Genau, genau, du denkst, es sind fucking Nudeln mit Soße, was soll ich da jetzt machen? Serviervorschlag, ja. Ich hab keine Ahnung, welches, welches, es gibt bestimmt eine Gesetzesnorm, die vorschreibt, dass, wenn ich das so mache, muss ich halt Serviervorschlag dazu schreiben. Na gut. Und eine Tomate, Daniel. Ja, ohne Tomate. Also, Daniel ist tot, wird also nicht mehr vor ein Kriegsgericht oder vor ein Nürnberger Prozess 2.0 gestellt, sondern er wird verspeist und man hat also jetzt eine Waffe gegen die Aliens, aber die Aliens haben auch eine Waffe, denn sollte etwas schief gehen, dann hat das Mutterschiff noch eine, die Atombombigste Atombombe aller Atombomben. Ja, kann natürlich so in die Luft jagen, dass die ganze Planet zerstört wird. Und es ist ja, also, es stellt sich ja dann noch auf, dass das Leck, weil auf einmal wissen die Außerirdischen natürlich, dass ein Angriff stattfindet. Der Sohn von Donovan ist ein Spion, ist umgedreht und ist erstmal zur Großmutter hin und berichtet dann natürlich gegen Kuchen. Gegen Kuchen, genau. Willst du doch ein Stück Kuchen, Junge? Dann komm ich jetzt hier. Wann findet der Angriff denn statt? Kriege ich noch ein Stück Kuchen? Das ist unhöflich. Ja. Ein Stück Kuchen, du blöde Kuh. Scheißegal, ob er an Diabetes stirbt, er stirbt eh, mein Gott. Ja, und hat man eigentlich, warum ist eigentlich Tyler, also Tyler hat halt auch keine, also die Motivation, warum Tyler so ist, wie er ist, der gibt's keine, ne? Das fehlt mir halt irgendwie so. Der wurde umgedreht, der wurde umgedreht. Nee, 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 jetzt nicht der Sean, der Tyler, also der Michael Iris hat, warum ist der eigentlich so aggressiv? Also, warum hat der so eine unbarmherzige Art? Weißt du, wenn man vorher wenigstens irgendwie gesehen hätte, dass die Aliens seine Frau oder seine Kinder irgendwie getötet hätten, weißt du, irgendwas, aber das sieht man halt immer, man weiß gar nicht, warum der so ist, wie er ist. Es wird halt einfach behauptet. Ja, der hat einfach Spaß dran, der hat einfach Spaß dran. Und es ist halt einfach so, ne? Ja, und dann ist ja das, was du vorhin gesagt hast, ne, also, dass Mike dann erstmal rum, jeder im Camp weiß, dass Sean der Verräter ist, weil halt, und Mike will's halt erstmal nicht wahrhaben. Natürlich nicht. Legt sie erstmal mit ihr, aber Tyler schafft es dann, ihn zu überzeugen. Ja, genau. Also, er sagt dann hier, komm, da zieht er ein Blinder. Ja, also, das sind einfach so Dinge so, und natürlich auch nochmal, schönes Symbolbild, du hast vorhin schon gesagt, der Pfarrer wird hier erschossen. Also, liebe Hörer, wir springen heute wieder, wer kennt das ja aus der ersten Folge, wir springen heute wieder Mund durch die, weil man ganz ehrlich sagen muss, diese drei Folgen, die sind auch, wenn du diese am Stück konsumierst, sind das auch sehr viele Einzelhappen. Also, ähm, ganz kurz mal so ein bisschen allgemein, du könntest fast jede Szene beliebig aneinanderreihen, es wird trotzdem funktionieren. Also, du kannst... Ja, bis auf ein paar Dinger, bis auf ein paar Sachen... Die springen ja halt auch. Bitte? Die springen ja halt auch, aber du hast ja ständig diese Zeitsprünge, dann, wie du schon sagtest, auf einmal ist Judy da und nix, und auf einmal dann beerdigen sie die, ja, wir haben sie die Leiche gekriegt, oder du, ne? Es ist halt einfach, ne? Ja, Sean ist halt auch einfach geflüchtet, zack, ist er weg. Sean ist halt einfach geflüchtet und verrät den Plan für ein Stück hoch, ist er zack, weg. Und worauf ich gerade eben aber hinaus wollte, ist Diana, die auf die Bibel schießt. Also, ich glaube, ich glaube, das hat den ein oder anderen unbedarften Evangelikalen, der das 83 gesehen hat, der hat da laut gezuckt, ja? Der hat vorher noch beim Pfarrer bestimmt mit der Abtreibung gerufen, yes, guy, that's right, ja? Und dann sieht der Diana, wie er auf die Bibel, wie sie auf die Bibel schießt. Und falls er dann noch nicht gegen die Aliens war, dann, ja, spätestens dann. Ja. Ja, und dann geht's los. Also, dann stellt man fest, okay, das Blach von Donovan hat verraten, deshalb wird der Plan umgeworfen. Ja. Und der Plan umzuwerfen ist statt, wir werden jetzt einfach mal alle Kampfflieger nehmen, wir nehmen Heißluftballons. Genau. Und das heißt, das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, jetzt steige ich aus. Vor allem, weil Independence Day den Twist nicht mitgekriegt hat und stumpf die Geschichte mit den Kampffliegern verfolgt hat, ja. Ja, genau, wahrscheinlich haben sie da schon abgeschaltet, aber wahrscheinlich haben sie gedacht, ach, weißt du was, damit wir auch so was, so einen Twist haben, so was mit Donovan-The-Fuck-Moment, nehmen wir das einfach, der mit dem Doppeldecker, der dann da reinfliegt. Ja, stimmt. Und nein, ich glaube, der einfache Grund war, man hatte halt dieses Stockmaterial von diesem Ballonflugwettbewerb und das musste halt irgendwie verarbeitet werden. Ja, ich dachte auch erstmal so, okay, die Menschheit befindet sich gerade unter Jocht in einem Krieg, die ganze Menschheit wird von einem faschistischen, außerirdischen Volk unterdrückt, aber wir starten jetzt einfach mal Ballonwettbewerb weltweit. Und erstmal stört es die überhaupt nicht. Hey, da sind übrigens gerade tausend Ballon gestartet, ja, das ist halt, das ist das Ablenkungsmanöver und so. Ja, also zeitgleich. Es ist zeitgleich, starten also zwei Angriffe, also zum einen lenkt man die Aliens ab mit dem Ballon, ich habe notiert 99 Luftballons, es wundert mich wirklich, dass der Song nicht noch irgendwie so angeklungen ist, wobei ich muss mal gucken, von wann der Song ist, der Song ist von 83, also es hätte passen können, aber gut, die haben das natürlich 82 produziert, also schade, wenn die Serie, wenn das 84 rausgekommen wäre, hätten sie es auf jeden Fall verarbeitet, weil ja auch 99 Rap Balloons ja in den USA ja auch ein Riesenhit war. Unnützes Wissen Nummer 1, der einzige Nummer 1 Hit einer deutschen oder eines deutschen Interpreten überhaupt in den USA. Und das ist also Variante 1, man startet also diese Heißluftballons, was da mit Aufsicht hat, erfahren wir gleich. Und Angriff Nummer 2 auf das Hauptquartier, das sich ja bei Falkencrest Lady im Haus befindet, da werden also zwei Angriffe gestartet, aber die Aliens haben natürlich auch die besagte Atomwaffe, die sie nicht munter werden, mehrfach zu erwähnen, also Expositionsbomben Deluxe. Ja, und natürlich muss auch dann, wie es sich gehört, Diana erstmal den Football auch mal zeigen, natürlich im Beisein vom Alien-Elisabeth-Hybrid-Kind von Space Child. Die das dann natürlich, immer so diese subtilen Schwenks auf das Kind, war auch so schön, Diana erklärt den Masterplan und die Kamera schwenkt so ganz subtil auf das Kind. Ja, sie hat das jetzt auch mitbekommen. Ja, ja, und die hat immer so geguckt, als würde sie gerade gleich einfach jedem die Kehle aufschlitzen. Ja, und sie sagt auch nichts, das Kind hat keine einzige Texteile. Ja, so ein unheimliches Kind. Es hätte noch gefehlt, dass sie irgendwie einen Zwilling hat, der daneben steht. Ja, also der andere... In die Torpedo-Luke und rausschießen. Genau, und es gibt noch einen dritten Angriff, der mit der fünften Kolonne. Also den Aliens, den beverbündeten Aliens, startet man einen Angriff dann innerhalb des Mutterschiffs, auf dem sich Diana befindet. Also das sind die drei Angriffe, die man macht. Ja, und die Vernichtungsmaschine, so nennt man also das Gerät, wird dann in Gang gesetzt oder droht in Gang gesetzt zu werden, beziehungsweise noch nicht, sie wird schon mal scharf gemacht, aber noch nicht gestartet. Und ja, dann landet also die fünfte Kolonne mit Jason Bernard und Martin und allen möglichen auf dem Mutterschiff, um dort das Virus zu versprühen. Es gibt einen Angriff auf das Hauptquartier und diese Tausenden von Heißluftballons starten weltweit. So. Und dann passieren folgende Dinge. Also erstmal, Diana hat eine Kamera einfach im Gras, wo Leute von ihr rumliegen. Ja, genau. Sie spricht mit dann irgendeinem Commander auf dem Boden und von der Perspektive hier liegt da einfach halt random eine Kamera im Gras. Okay. Das halt ist in... Ja, und dann attackiert man, also man infiltriert also das Mutterschiff durch das Shuttle und liefert sich dann eine heftigste Schießerei im Hangar und das kriegt halt kein Arsch auf dem ganzen Schiff mit. Ja. Ich denke auch, da wird alles abgeschaltet erst mal und dann irgendwie so, das ist abgeschaltet und so. Genau. Schicken wir doch einfach mal unsere 5000-Mann-Besatzung da hin und pusten die weg. Nein. Die sind ja alle auf dem Boden. Zwei Mann kommen da hin. Ja, genau. Plötzlich kommen zwei Mann auf dem Boden. Genau. Und Diana sagt dann auch zu dem Commander, der da im Gras liegt, schnappen sich so viele Männer, wie sie in drei Minuten, keine zwei, keine fünf, in drei Minuten zusammenbringen. Ach, erinnerst du dich noch bei der letzten Folge, da hast du noch gefragt, spielt das eigentlich in L.A. oder nicht? Diesmal hast du in irgendeiner Folge, hast du das Hollywood-Schild gesehen. Ja, genau. Man sieht das Hollywood-Schild richtig, ganz genau. Ja, also bringen mir so viele Leute nach oben, wie du in drei Minuten findest. Und das habe ich mir auch so notiert. Ja, und dann kommt der. Das habe ich mir auch so notiert. Die ballern den ganzen Hangar zusammen, es passiert nichts und plötzlich kommen dann zwei Wachen um die Ecke so, was macht ihr denn hier? Ja, was ist denn hier los? Und dann kommt der große Curry-Angriff. Ja, der große Curry-Angriff, schönes Wort, ja. Auf dem Holy-Festival. Ja, man leitet also ein rotes Pulver, das sind also die Bakterien, die die Aliens töten, in das Belüftungssystem des Mutterstifts. Und nicht nur das, denn die Ballons steigen hoch und bei Diana ist genervt von den Ballons und sie schießt dann einen der Ballons halt ab. Und in dem Moment offenbart sich der ganze Plan, denn die Ballons verteilen das Bakterium und machen somit die Erde, weil ja dann das Wasser und die Umwelt mit diesem für die Menschen harmlosen, für die Aliens gefährlichen Bakterium komplett verseucht wird. Machen sie also die Erde für die Aliens unbrauchbar, unbewohnbar, ja, und dann fliehen die halt. That's it. That's it. That's it. Kirchenglocken, Stockmaterial vom Parteitag der Kommunistischen Partei in China. Das fand ich auch so geil, ne? Und dann auch so, hey, keiner wusste von einem Krieg und so, weil alles, viele Menschen haben sich normal, aber dann feiern sie alle so. Okay. Ja, genau, aber ganz so flieht man nicht, denn Diana ist natürlich sickig. Also John sagt dann, oh, das hat hier alles keinen Sinn mehr, wir gehen jetzt. Das ist wirklich so, kein Aufbäumen, kein Kämpfen so, nö, okay, ach so, ja gut, dann gehen wir jetzt. Wir haben verloren, wir haben verloren. Und er sagt so, was willst du noch kämpfen? Wir haben verloren, lass uns gehen. Was? Also macht Diana zum zweiten Mal auf klingonische Art Karriere. Also erstmal hat sie ja diese andere Kommandantin umgebracht und jetzt bringt sie also dann John um und startet natürlich, wie sich gehört, mit einem Fünf-Minuten-Countdown. Ja, also ohne Scheiß sollte ich irgendwo mal Superschurke werden, erinnere mich da dran, dass ich keinen Countdown einbaue, sondern einfach einen Knopf zum Draufdrücken. Und nicht auch noch mit zehn Schlüsseln, die ich umdrehen muss, sondern einfach einen Knopf zum Draufdrücken. Und bevor Diana also John umbringt, ist hier noch so ein Satz, da würden diese Hardcore Star Trek Discovery Hater und diese Hardcore Ray Hater, die würden da an die Decke gehen. Denn Diana sagt ja wortwörtlich, du dummer, alter, schwacher Mann. Ja, stimmt, stimmt, ja. Du dummer, alter, schwacher, weiß fehlt noch und cis fehlt noch, ja. Du dummer, alter, schwacher Cis-Mann, weißer, schwacher Cis-Mann, ja. Und das wäre natürlich auf die, Wasser auf die Mühlen der, wie heißt es, Social Justice Warrior oder wie ich es das immer nennt, ne. Ja, 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 Agenda, ja, und so weiter. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne. Du kannst eigentlich, ich finde das ja eh Schwachsinn, also man kann an Discovery und PK einiges kritisieren, aber diese ganze Women-Equal-Diversity-Agenda finde ich völligen Schwachsinn, ja. Also sich darüber aufzuregen. Gute Charakter zählt für mich und das gibt's in männlich und in weiblich und in transgender und in alien, wenn ein Charakter scheiße geschrieben ist, ist er scheiße geschrieben. Und hier bei V ist es ja auch, genau. Genau, und hier ist es so, ja, sag. Du hast, du hast halt die starken weiblichen Charaktere auf beiden Seiten. Absolut. Du hast Diana, du hast die Kommandantin, ne, du hast Julie. Die Falkencrest-Lady, ja. Ja, also du hast unheimlich und auch gut geschriebene Figuren. Absolut. Ne, denen du das auch abnimmst und das ist halt einfach echt, äh, echt klasse. Und wie gesagt, wir reden von einer Serie von 84. Exakt, exakt, genau. Und das auch mal die, die uns regelmäßig hören, wenn ich mich über Michaela aufrege, dann rege ich mich nicht über Michaela auf, weil es eine Frau ist, sondern weil die Kacke geschrieben ist. Und das hier sind gute, gute Charakter, die in sich natürlich ist, hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, Diana, eine klassische 80er Jahre Evil Queen oder so ein Bond-Böse, wie so ein Cartoon, ja. Ja, klar, aber in sich funktioniert sie, in sich, in dem, was sie sein will, funktioniert sie absolut, ja. Sie hat sogar so ein bisschen so ein, so eine, so eine Backstelle, sie will mehr sein, sie will mehr sein als diese Wissenschaftlerin, ja. Und sie ist skuppellos, den einen bringt sie um, mit dem anderen schläft sie sich nach oben und so weiter und so weiter. Man erfährt ja dann auch noch, dass sie mit dem großen Denker vielleicht was hat, ja. Richtig, ja, genau, ja. Also, das ist doch ein, für das, was es sein will, ein gut geschriebener Charakter. Auch Julie hat ihre Schwächen, hat ihre Stärken. Sie ist nicht das platte Love Interest von Mike, ja, sondern die zwei sind auf eben, auf eben, auf einer Ebene voneinander angezogen, ja. Richtig, genau, ja. Ja, und, und das macht trotz der Pornomucke die Sache dann durchaus auch glaubwürdig, ja. Also, wo ich sage, ja, okay, das macht Sinn oder in dem Punkt kaufe ich das einfach, ja. Und, ähm, äh, das, das ist dann schon okay. Was ich allerdings nicht kaufe, ist zum Beispiel, dass, ähm, nicht der Martin an Bord des Mutterschiffs die Führung übernimmt, sondern Mike. Und der dann auch munter auf irgendwelchen Knöpfen rumdrückt, wüsste er genau, was zu tun ist. Genau, ja, ja, das war auch ein bisschen, das war so ein bisschen so, äh, ja. Ähm, denn man hat ja noch eine Aufgabe, man muss ja die Bombe noch entschärfen, von der eigentlich keiner genau weiß, wie sie funktioniert. Und mit 20.000 Sprengladungen kann man sich dann also in den Kontrollraum, äh, durchsprengen. Und, ähm, Diana wird dann angeschossen und Martin übernimmt dann die, ähm, die, steuert dann das, das große Mutterschiff, ja, irgendwie aber nicht von der Erde weg. Zumindest sind die, die Bilder, die man sieht beim Rausgucken einfach nur geradeaus. Und ich denke mir nur so, flieg doch nach oben, du Depp. Ja, der fliegt nur so geradeaus. Ja, und dann kommt was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist halt echt scheiße. Es ist scheiß Skript. Es kommt völlig aus dem Nichts. Es wurde überhaupt nicht angedeutet mit gar nichts. Denn plötzlich kann Diana telepathisch mit Julie kommunizieren. Auf einmal. Ja? Ja. Ja. Ja gut, das hatte sie ja schon, das hatte sie ja schon, äh, gemacht, wo sie diesen, da hat sie ja schon mit ihr kommuniziert. Ja, aber das, das war für mich eher so, als würde sie halt da, also sie hat doch das laut ausgesprochen. Also, ja. Ähm. Nein, ich dachte eigentlich auch. Also, also, meiner Meinung nach hat sie das laut ausgesprochen und plötzlich ist auf jeden Fall, kann sie also in Julies Gedanken und kann also mit ihr per Gedanken kommunizieren. Aber, äh, die lässt sich natürlich irgendwie nicht, ähm, umdrehen, aber deswegen kann Diana entkommen. Aber die Vernichtungsmaschine läuft halt immer noch. Keine Ahnung, wie gefährlich das ist, weil das Raumschiff ist ja schon längst im Orbit, aber okay, es ist halt immer noch so. Und dann passiert so der zweite Klopper, den hatte ich völlig vergessen, das wusste ich überhaupt nicht mehr. Ja, und da hat mich die Serie leider wieder am Ende komplett verloren, genauso wie es mich in der zweiten Folge der zweiten Staffel schon mit dem Baby komplett verloren hat. Denn dann wird aus Evil Elizabeth plötzlich Starchild. Und da muss ich ehrlich sagen, didn't see that coming. Es war echt, das war einfach, also, das war für mich auch too much. Also, äh, ich finde das Ende immer noch gut. Ich finde, die Serie ist gut abgeschlossen. Das mit dem Kind jetzt, also, das mit dem, mit diesem Leuchten hätte man einfach, das hätte da hingehen müssen und sagen können, ich weiß wie das, lass mich, oder einfach nur rangehen, kurz die Augen zu, machen einen kleinen Effekt hin, aber dann fängt das so am Glänzen an und so weiter und ich denke so, puh, jetzt wird's. Am Ende entschärft sie die Waffe mit Magie, ich meine, sie leuchtet und macht irgendwas damit. Sie entschärft es mit ihren Gedanken, keine Ahnung. Die hat halt, die hat halt, die hat halt irgendwelche Kräfte, Punkt. Genau, sie hat halt irgendwelche Kräfte, ganz genau. Warum, wieso, weshalb, wurde vorher nicht, und du hast, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, es wirkt so, als hätten die viel mehr Material, als drin ist. Und ich glaube, das ist so ein Ding, da muss es, da gibt's bestimmt noch Material, das das erklärt. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, weil die Serie an so vielen Stellen so durchdacht aufgebaut ist und das Ende so, so, so überhastet wirkt. Also, das Ende nimmt sich Zeit an Stellen, zum Beispiel der Kampf im Hangar dauert ewig, ja. Ja, ja. Die, die, diese Umkehrmaschinen, Folterszene dauert ewig, wo du nach drei Minuten schon denkst, ja, okay, ich hab verstanden, alles gut, bitte weitergehen, ne, machen sie weiter hier, ne, das dauert ewig. Sodass ich manchmal das Gefühl hab, sie mussten einige Sachen strecken und haben dafür manches rausgenommen, also warum auch immer, dass das im Schneideraum dann zum Opfer gefallen ist, aber, ja, ne. Okay, so be it. Und Diana kann halt entkommen und da hab ich mir notiert, Diana entkommt Vader-Style. Stimmt. Ja, so wie Darth Vader in New Hope und dann fiel mir etwas ein, dass, der Gedanke kam mir am Sonntag zum allerersten Mal, als ich das dann um 1.20 Uhr, als es dann zu Ende war, gesehen habe, ist mir eingefallen, sag mal, wie wird das wohl abgelaufen sein, als Vader zum Imperator kommt und erstmal beichten muss, dass der Todesstern jetzt kaputt ist? Ja, das war dann eine Erschütterung der Macht, das hat der Imperator auch gemerkt. Dann ist er eigentlich mit dem Todesstern, du löffst drauf, aber ich hab mir gedacht, der ist kaputt. Falls ihr da nicht wisst, woher das ist. Ich hab eine ganz, ganz kreative Idee, wir bauen neuen. Und falls ihr gerade nicht wisst, woher das ist, Star Wars, ob Gölsch, einfach mal Star Wars, ob Gölsch googeln, justigerweise ist dann einer der ersten Treffer Nerdizismus.de, Kälte-Priesen, dann kommt ihr bei uns raus und dann könnt ihr euch alle Teile angucken. Ja, 80er Jahre Mucke, da da, die Menschheit hat jetzt ein Mutterschiff und Ende Gelände. Und dann ist V vorbei. Ja, und wäre es doch mal so geblieben, ich kann es nicht noch oft betonen, es wäre ein, zwar natürlich, man hat immer so ein Hintertürchen, Diana ist weg und so weiter. Und hätten sie von mir aus nochmal eine dreiteilige Miniserie gemacht, aber nein, dann musste ja eine TV-Serie direkt hinterher kommen. Und das tun wir uns jetzt die nächsten Wochen mal locker flockig an und werden aber noch eine Folge, wenn wir dazu machen. Komm, lass uns in einer Folge die dritte Staffel dann besprechen, in drei, vier Wochen, wenn die dann gelaufen ist, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, dann hat sich das auch, weil ich kann mich nämlich jetzt zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, also ich weiß, dass ich die Serie gesehen habe, aber ich glaube, dass die Serie völlig negiert, dass die Menschheit jetzt ein Mutterschiff hat. Und ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht irre ich mich auch. Das kann sein, das Problem ist ja, dass sie auch vieles auseinander nimmt und naja, also sie endet mit dem übelsten Cliffhanger, es ist eine Folge nicht gedreht worden am Ende, also es ist halt einfach, man kann sie einfach getrost weglassen. Man könnte eigentlich sagen, hier ist vorbei, ja, lassen wir Diana wegbleiben und so und dann, äh Gott, lass es uns mit Independence Day kombinieren, whatever, irgendwas, ne. Aber, ja, naja. Ja, naja. Ja, also, ähm, ich sag mal so, wir hatten jetzt mit diesen, äh, Folgen durchaus meinen Spaß, also wenn ich jetzt nochmal so ein Fazit ziehe, hier mit V, die außerirdischen Besucher kommen und V, The Final Battle, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich an The Final Battle wirklich nur noch ganz, ganz, ganz bruchstufhaft erinnert. An Elisabeth hatte ich mich erst im Nachhinein wieder erinnert, weil die wird jetzt in der Serie dann durchaus noch öfter vorkommen, ähm, da hatte ich mich da gar nicht mehr dran erinnert, ähm, an das Ende wusste ich auch nicht mehr, das mit den Bakterien in den Ballons hatte ich alles völlig vergessen, von daher danke, dass ich das nochmal ersehen durfte, ähm, aber ich muss an der Stelle sagen, das Gefälle von Staffel 1 zu dem Build-Up, das ich wirklich toll finde, bei allem, wie es gealtert ist, mit dem dann am Ende doch sehr konventionellen 80er Actionplot ist schade, das hätte man besser machen können, also das Niveau kann nicht gehalten werden und zwischendurch kommen halt immer diese wirklich schlechten Effekte, die auch schon damals nur Mittelmaß waren und die mich dann heute wirklich rausreißen, weil sie dann lächerlich sind und die eigentlich ernste Serie dann leider ein bisschen in so einem Ungleichgewicht bin, ich hatte meinen Spaß dran, musste ein paar Mal laut lachen, leider nicht beabsichtigt, also nicht an den Stellen, wo man hätte lachen sollen, die Synchro funktioniert auch in diesen, in der zweiten Staffel überhaupt nicht, es ist immer noch langweilig, dröge und kein einziger One-Liner passt, trotzdem war es ein schöner Ausflug zurück, Team, lass uns noch die dritte Staffel durchziehen, in drei, vier Wochen nochmal treffen, nochmal kurz drüber reden, dann haben wir es in seiner Vollständigkeit gemacht, trotzdem, ich würde es in 10, 15 Jahren gucke ich es gern nochmal, aber die Zeit brauche ich jetzt glaube ich schon. Ja, ich auch, ich auch, also das ist, wie gesagt, ich mache mir, ich habe so ein bisschen, ich freue mich halt einfach nicht, weil ich kann mich erinnern, es war halt nicht so gut und wenn man sich jetzt auch mal die Reviews zu der Serie durch, es hat ja auch einen Grund, warum sie dann weg ist, es tut halt einfach weh und ja, ich freue mich da nicht so drauf und ja, ansonsten bin ich vielleicht einfach mal gespannt, vielleicht finden wir ja nochmal was anderes. Vielleicht tun wir ja der Serie auch unrecht, ich glaube allerdings nicht, ich sag mal so, das Beste, was ich jetzt von der, von dieser dritten Staffel noch erwarte ist, sag ich mal, also wenn, wenn es halbwegs schafft, so ein Airwolf und Nightrider Niveau hinzukriegen, wäre ich schon zufrieden, Dann wäre ich schon zufrieden. Ich habe übrigens, by the way, letztens mal, zum ersten Mal, die erste Folge Nightrider gesehen. Ich habe noch nie die erste Folge Nightrider gesehen, wie mir so aufgefallen ist. Also natürlich habe ich als Kind Nightrider geguckt, aber ich habe die erste Folge noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Michael Knight ja eigentlich ein neues Gesicht hat und jemand anders ist, weil unterwegs da der Schauspieler gewechselt wurde. Das war mir so gar nicht, gar nicht bewusst, also von daher, Ja, falls du mal David Hasselhoff auf einer Con hast, können wir ihn da fragen, wie das war. Wenn du mal V-Leute für eine Con besorgen könntest, würde ich mich trotzdem freuen. Robert Englund haben ja beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen. Ich würde auch mit ihm wirklich gerne mal über V reden, da kann er mal was anderes loswerden, als nur Freddy Krüger Geschichten. Und ja, wenn du mal Diana kriegst oder so für eine Con, ich freue mich, wenn wir sie da bei uns mal in der Streamingbox haben. Auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, wir können uns ja mal überlegen, was es noch so an Serien gibt, die man mal... Gerne, gerne. Alte, alte Dinge. Wie gesagt, ich bin für sowas wie Vorabendserien. ARD und ZDF. Count me in. Ich kenne sie alle. Ja. Mutti, Schnittchen gemacht. Ja. Da gesessen. Wirklich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir kommentieren sollen oder worüber wir was machen sollen. Ich biete euch an. Du darfst es gerne ergänzen. Ich biete euch an. Trio mit vier Fäusten. Ein Colt für alle Fälle. Ein Heim für Tiere. Und Airwolf und Knight Rider. Das sind so die, die ich so wirklich richtig... Und Simon und Simon. Richtig intensiv geguckt habe. Okay. Ich setze einen drauf, weil das ist zum Beispiel eine Serie, die kann man schnell abwickeln. Sledgehammer. Oh. Das sind auch nur ganz wenige Folgen. Man hat irgendwie so ein Gefühl... Zwei Staffeln. Ja, genau. Es war eine Miniserie, die aber dann so erfolgreich war, dass sie gesagt haben, okay, auch wenn das so das Ende es eigentlich unmöglich macht, wir machen jetzt nochmal eine Staffel. Und naja. Sind aber 41 Folgen in zwei Staffeln. Aber die gehen in nur 20 Minuten jeweils. Ja, die gehen... Ich glaube, die müsste ich sogar als DVD umarmen. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Hatte ihr Baby irgendwelche Feinde. Also das Ding hatte halt einfach knallerdinger. Ja, ansonsten... Ja, auf jeden Fall. Kampfstern Galactica wäre noch was. Boah. Ja, Kampfstern Galactica wäre natürlich noch was. Also die alte Serie. Ich meine, die neue ist... Ganz ehrlich, das Remake ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist für mich eine der besten Sci-Fi-Serien ever. Mit dem meiner Meinung nach immer noch besten Serienende ever. Neben Mesh, aber das sind zwei unterschiedliche Genre. Also schreibt uns doch mal in die Kommentare oder an info at nerdizismus.de oder an unsere WhatsApp- beziehungsweise Telegram-Nummer eine Nachricht oder Sprachnachricht an die 0152-596-47709. Und dann würden wir von euch gerne wissen, welche Serie der Sven und ich vielleicht mal in einem Retro-Podcast mal besprechen wollen. Ganz sicher nicht ganze Folgen einzeln durch, aber mal so eine komplette Staffel Knight Rider oder Airwolf oder Simon & Simon oder Agentin mit Herz. Och, Agentin mit Herz. Bruce Boxleitner, der Helden meiner Kindheit. Einer der Helden meiner Kindheit. Ja, 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 absolut. Also da gibt es eine ganze Menge. Wie gesagt, es kann auch was Deutsches sein. Ein Heim für Tiere. Die, die, die Sachen... Sucht euch was aus, wenn wir es gesehen haben, wenn wir gerne darüber reden. Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben bei iTunes. Das freut uns immer und bescheißt auch den Algorithmus, damit diese Show hier wunderbar in den Charts oben bleibt. Ihr könnt auf Radio bzw. Podcast Addict auch bewerten und Kommentare abgeben. Und ihr könnt natürlich unter dieser Folge hier in den sozialen Netzwerken bei Facebook, Instagram oder auf nerdizismus.de einen Kommentar da lassen. Da freuen wir uns immer drauf. Und an dieser Stelle für alle, die die Folge jetzt heute am 11.8. nehmen wir auf und am 12. und 13. gleich hören, dann schaltet auch am Freitag wieder ein. Denn am Freitag haben wir einen ganz tollen Talk. Da haben wir nämlich einen Bud Spencer und Terrence Hill Talk. Und das machen nicht nur ich jetzt von hier von Nerdizismus, sondern der Simon von Dreck am Dienstag ist dabei. Und wir haben uns auch einen Gast eingeladen, nämlich den Martin Polt. Und der Martin Polt ist der Regisseur von, sie nannten ihn Spencer. Einer ziemlich geilen, gecrowdfundeten Dokumentation über Bud Spencer, die wirklich toll ist. Die könnt ihr auf Amazon Prime auch gucken. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt und wie wir eineinhalb Stunden lang über Bud Spencer und Terrence Hill abnerden, dann schaltet doch am Freitag ein bei nerdizismus.de. Sven, vielen Dank wieder bis dahin, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Es war mir wieder eine Freude und ein Fest. Und jetzt müssen wir durch die dritte Staffel durch. Und dann hören wir uns hier an dieser Stelle in ein paar Wochen wieder zur dritten Staffel von V. Au, ich habe auch schon ein bisschen Angst drauf, aber was tut man nicht alles für die Quote und für die Klicks. Und in diesem Sinne, macht das Jort bis die Tage bei allem, was ihr tut und schwitzt noch schön. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums